Meine Klassenlehrerin hat mich begrüßt. Die Stunden sind heute abgesagt. Schau dir das Thermometer an. Es ist heute sehr kalt. Das Thermometer zeigte 38 Grad Frost. Das Wetter ist bei uns so wünschelhaft. Heute ist wirklich ein besonderer Tag. Meine Klassenlehrerin bedeckte sorgsam meine Nase mit einem Schall, rief meine Mutter an und bat sie, mich abzuholen. Ich freute mich auf einen unerwarteten schulfreien Tag.